Hallo, Willkommen und Konnichiwa, meine kleinen großen Motherfucker, zu einem neuen, ja, Video, zu einem neuen Special-Video. Heute ist der 28. Dezember 2023. Wir haben den Donnerstag, 20.25 Uhr. Ich glaube, ich sage am besten so 28.12.2023, Donnerstag, 20.25 Uhr. Ja, das ist das dritte Mal, dass ihr das aufnehmen wollt, weil ich mich voll verhaspelt habe und, das sage ich euch gleich, Ja, ich habe ja am 19.12.2023, ich glaube, das war der Montag, genau, das war der Montag, ein Meinungsvideo gemacht zu Saw X oder Saw X. Da habe ich ja eine Nummer angeschrieben und zwar stand da bei der Nummer, ähm, I wanna play a game, glaube ich, ne. Moment, ich habe das noch irgendwo. Hm, I wanna play a game, genau. Und, ähm, ich habe überraschenderweise eine Antwort bekommen, ich werde das jetzt so machen, dass ich das Licht ausmache und so, dass ihr das besser sehen könnt und dann machen wir mal weiter. Da haben wir aufstehen und haben leider keine Correct Lights oder keine Family. Das ist doch mal cool. Also, hier ist die, äh, ja, hier ist die Nummer, die ich, ähm, angegeben habe, äh, genau, angegeben habe und hier habe ich es geschrieben, ich will, 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 ich will I want to play a game um 4.43 Uhr und am gleichen Tag um, hier steht WhatsApp me und hier steht dann, ja, Dienstag, Dienstag, ah, Dienstag habe ich das Video dann aufgenommen, genau, 4.48 Uhr, hey, it's Lionsgate, notice your number is international. Click the link to get starred in WhatsApp. Hier ist ein, weiß ich nicht, Link und dort unten steht dann zum Laden der Vorschau-Tipp. Ich werde die Nummer mal speichern. Personen hinzufügen, ne, hä? Ich will nur die Personen hinzufügen. WhatsApp me, geht gar nicht. Personen hinzufügen? Noch jemand? Schreiben wir mal es zurück. Ne, gar nichts. Na gut. Dann gehe ich auf den Link, Moment, vorher noch, oh je je je. Gerade hat jemand geschätigt, warte mal ein bisschen, bis Laike sich beruhigt. Hey Laike, alles in Ordnung. So, und jetzt, ähm, mal zum Laden der Vorschau-Tippin. WhatsApp. Mhm, dann gehe ich da mal drauf. Mal schauen, was passiert. Suche läuft. Okay, wenn ich jetzt da draufgehe, guck mal, ich mach das mal kurz weg, dann wird das hier angezeigt. Hm, machen wir mal hinzufügen. Neuen Kontakt erstellen. Hä? Jetzt kann ich das machen? So. Hier steht dann Hello. Ein schönes Bild, ne? Hello. 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 Hi. 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 Game, natürlich, richtig schreiben. Okay, mal schauen, was ankommt. Ach nee, ich hab keinen Bock mich irgendwo anzubauen. Hey Laike, add your contact, nee, das mach ich nicht. Einen Moment, ich warte mal, ist Laike da? Na, hast du dich beruhigt? Kommst du her? Geh drauf, geh aufs Bett drauf, gut. Ja, also das wird dann hier angezeigt, komisch. Moment. Ich möchte nicht nirgends... Hä? Nirgends anmelden. Mal schauen, was jetzt kommt. Oh, das ist schon mal süß, ne? Komm, wir ja direkt einen Screenshot machen. Aha. Dies ist ein Unternehmungskonto. Kunst und Unterhalt. Ich glaub, da kommt nix mehr. Und das ist ja eh ein Bot. Gehen wir mal nochmal drauf. Schade. Dabei dachte ich, es kommt irgendwas. Ich hab keinen Bock mich irgendwo anzumelden. Das ist das Kacke. Ja. Ich glaub, das ist das gleiche, ähm, das was ich euch mal gezeigt hab. Also das hier. Ich hab's angerufen. Ich hab die ja angerufen, aber irgendwie ist da gar nix gekommen. Und, ähm, so wie es aussieht, ist er halt in diesen, äh, Community. Und bei dieser Community kriegst du dann so Traders und Teasers. Naja. Schade eigentlich. Hm. Ich glaub, sonst kommt da nix mehr. Beichte deine Sinne. Kick out. Ja, bei Sword 10, wie viele Wunden dort umgebracht sind. Ähm. Lass mal überlegen. Fünf, ne? Ja. Fünf. Fünf Menschen. Mhm. Okay. Ja. Ich werd mich da jetzt nicht anmelden. Ich, äh, verlinke euch natürlich das, was, ähm, das, was ihr euch gerade gezeigt habt. Und ja. Mehr gibt's da nix. Okay. Dann werd ich die Nummer löschen. Äh. Chat leeren. Mhm. Die Nummer werd ich dann löschen. Okay. Ja. Chat löschen. Und die Nummer werd ich dann auch löschen. Äh. 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 Kontakte. Pssch. Lionsgate Horror. Leck mich am. Leck meine Erdnüsse. So. Das werd ich dann auch löschen. Ich weiß nicht warum bei diesem Smartphone aber bei Jurassic Live Tour. Bei dem Smartphone, hm. Du hast halt deine, deine normale Nummer und dann hast du deine, äh. Und dann hast du noch ne WhatsApp Nummer. Also hast du zwei Nummern, die werd ich nur eigentlich gespeichern. Das ist ja total geschissen. Nun ja. Okay. Das war's mit diesem Video. Draußen wird geknallt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen zu sehen. Und ähm. Jo. Es wird noch ein Video kommen. Ich wollte euch was fragen und äh. Mal schauen was daraus jetzt wird. Okay. Dann sag ich mal tschüss, auf Wiedersehen und au revoir meine kleinen großen Motherfucker. Es tut mir leid. Verzeiht mir, dass das nicht geklappt hat mit dem ähm. Ähm. Mit den WhatsApp, äh. Mit dem Sword-Dingelings. Mit der Community. Ich. Also irgendwo sich anmelden ist immer blöd finde ich. Und ja. Ich werd euch das auf jeden Fall verlinken. Und ja. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir meine kleinen großen Motherfucker. Ich höre sie Lücken. Tschau, tschau, tschau.